Hallo, in diesem Video erklären wir, wie Sie Zugang zur Camping-Card-Axi-App erhalten. Besitzen Sie ein Kombiprodukt, Führer- und Ermäßigungskarte und App der Camping-Card-Axi, öffnen Sie dann die App und loggen Sie sich mit Ihrem Mein-Axi-Account ein. Besitzen Sie kein Kombiprodukt, dann schauen Sie weiter. Nehmen Sie die Ermäßigungskarte zur Hand. Auf der Rückseite befindet sich ein Code, den Sie benötigen. Rufen Sie www.campingcard.com.appcode auf. Geben Sie Ihre Code ein und klicken Sie auf Versenden. Warten Sie, bis das Bestellformular geladen würde. Machen Sie Urlaub mit dem Reisemobil. Es ist möglich, gegen Bezahlung auch Reisemobilplatzinformationen zu erwerben. Den Preis finden Sie rechts. Setzen Sie einen Haken, wenn Sie die Infos kaufen möchten. Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Mein-Axi-Account an oder erstellen Sie eine neue Account. So legen Sie eine Mein-Axi-Account an. Bitte beachten Sie, dass das Passwort aus mindestens acht Zeichen bestehen muss. Die Mindestanzahl der Zeichen beträgt drei. Klicken Sie oben rechts auf den Einkaufskorb, um zur Kasse zu gehen. Wählen Sie eine Zahlungsmethode. Wählen Sie eine Zahlungsart. Bestätigen Sie Ihre Bestellung, indem Sie der Geschäftsbedingungen zustimmen. Klicken Sie dann auf Bestellung aufgeben und schließen Sie Ihre Bestellung ab. Ihre Bestellung wird verarbeitet. In wenigen Minuten erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail, in der Sie nochmals die Anleitung zum Herunterladen der Camping-Card-Axi-App finden. Sie können sich jetzt mit Ihrem Mein-Axi-Konto bei der Camping-Card-Axi-App anmelden. Haben Sie eine Frage, nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter plus31-488-471-434 oder shop-at-axi.eu. Sehen Sie sich auch unsere Videos dazu an, wie man die Camping-Card-Axi-App herunterlädt.